Weitere Gründe dafür, daß die Dichter lügen. Weil der Augenblick, in dem das Wort glücklich ausgesprochen wird, niemals der glückliche Augenblick ist. Weil der Verdurstende seinen Durst nicht über die Lippen bringt. Weil im Munde der Arbeiterklasse das Wort Arbeiterklasse nicht vorkommt. Weil, wer verzweifelt, nicht Lust hat zu sagen, ich bin ein Verzweifelnder. Weil Orgasmus und Orgasmus nicht miteinander vereinbar sind. Weil der Sterbende statt zu behaupten, ich sterbe jetzt, nur ein mattes Geräusch vernehmen läßt, daß wir nicht verstehen. Weil es die Lebenden sind, die den Toten in den Ohren liegen mit ihren Schreckensnachrichten. Weil die Wörter zu spät kommen oder zu früh. Weil es also ein Anderer ist, immer ein Anderer, der da redet, und weil der, von dem da die Rede ist, schweigt. Weitere Gründe dafür, daß die Dichter lügen. Es wird nicht einmal bestritten, daß Dichter lügen, sondern so getan, als wenn man schon inmitten einer Aufzählung solcher Gründe wäre. Sollen wir auf wichtigere Gründe selbst kommen? Vermutlich nicht. Es ist ein rhetorischer Trick. Weitere Gründe statt Gründe nimmt von Anfang an das Pathos heraus. Weil der Augenblick, in dem das Wort glücklich ausgesprochen wird, niemals der glückliche Augenblick ist. Das ist der autobiografische Aspekt. Die dichterische Verarbeitung eines Erlebnisses findet nicht in zeitlicher Nähe zum Erlebnis selbst statt. Weil der Verdurstende seinen Durst nicht über die Lippen bringt. Hier geht es um die Erfahrungen anderer. Der Durstende kann vor Durst nicht sprechen. Die Aufgabe des Dichters ist es dann, Erlebnisse, die andere machten, die aber sprachlos blieben, über das Kunstwerk erlebbar zu machen. Weil im Munde der Arbeiterklasse das Wort Arbeiterklasse nicht vorkommt. Das ist die politische Dimension des Problems, ein gewisser Abstand zu einem Problem macht das Problem erst beschreibbar. Tatsächlich gab und gibt es eine gewisse Fremdheit zwischen denen, die offenbar der Arbeiterklasse zugehören und derjenigen, die diese Bezeichnung Menschen zuschreiben oder diese darunter einordnen und für sie sprechen wollen. Weil wer verzweifelt nicht Lust hat, zu sagen, ich bin ein Verzweifelnder. Elend und Unglück sind auch ein Problem der Würde. Der Verzweifelnde hat wohl deshalb keine Lust zu sagen, daß er verzweifelt, weil er sich damit selbst zusätzlich zu seinem Unglück auch noch seiner Würde beraubt. Weil Orgasmus und Orgasmus nicht miteinander vereinbar sind. Die Benennung versagt eben vor dem echten Gefühl, dennoch will es dichterisch dargestellt sein. Weil der Sterbende, statt zu behaupten, ich sterbe jetzt, nur ein mattes Geräusch vernehmen lässt, daß wir nicht verstehen. Das leuchtet ein. Tatsächlich ist das aber eine Erfahrung, die ohnehin nicht mitteilbar ist, sofern es überhaupt eine Erfahrung heißen darf, wenn der sie Erfahrende nicht mehr darauf zurückgreifen kann. Weil es die Lebenden sind, die den Toten in den Ohren liegen mit ihren Schreckensnachrichten. Man muß es wohl so verstehen, daß nur die Lebenden die Schrecken erzählen, die den Tod der Toten verursachten. Die Lebenden sind es, die das Sterben beklagen, während die Toten ihren Frieden haben. Weil die Wörter zu spät kommen oder zu früh. Es gibt eben immer einen zeitlichen Abstand zum Geschehen. Es wird immer zu spät davon erzählt oder es wird zu früh dieses vorhergesehen. Eine dichterische Live-Übertragung gibt es nicht. Also Kassandra oder Chronist. Weil es also ein Anderer ist, immer ein Anderer, der da redet, und weil der, von dem da die Rede ist, schweigt. Mit anderen Worten, als Lüge wird hier bezeichnet, was eigentlich Fiktion ist. Authentizität ist allerdings ohnehin nicht eine Frage der Wahrheit, sondern der Wahrhaftigkeit. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Man könnte dieses Gedicht also als Beitrag zur Debatte verstehen, wem das Recht, worüber zu schreiben, zugestanden wird, oder allgemeiner, wem das Recht künstlerischer Verarbeitung überhaupt zugestanden wird. So verstanden wäre das Gedicht aber eher kokettierend als tiefgründig. Wirkungsvoll ist es als Würdigung derjenigen, für die der Dichter gezwungen ist, zu sprechen, damit diese überhaupt eine Stimme haben, und als Würdigung, dass die künstlerische Umsetzung eines Erlebens eben nur eine künstlerische Umsetzung ist. Insofern ist Lüge hier keine Koketterie, sondern eine ernst gemeinte Selbstbescheidung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.